Die Lebensqualität der Menschen in Jena und der Region verbessern und neue Formen des Zusammenlebens entwickeln. Das ist die Vision des smarten Quartiers in Jena-Lobeda. Hierfür wurden zahlreiche innovative Bausteine vernetzt. Smarte Mobilität gewährleistet ein umweltorientiertes Verkehrskonzept. Intelligente digitale Angebote erleichtern das Wohnen, auch für ältere Menschen. Das smarte Quartier vernetzt uns und wird zum Vorreiter beim Ausbau digitaler Technologien. Als Projekt mit Modellcharakter schafft das smarte Quartier Jena-Lobeda eine digitale Zukunft für Jena, für die Region und für ein besseres Zusammenleben.